Alter, was geht ab, Leute? Wir testen heute den besten Libanesen in München. Mit am Start. Was geht ab? Wir waren in Libanon. Dementsprechend checken wir diesen Laden jetzt ab. Das war Frühstücks-Shisha. Genauso wie Libanon. Libanon-Feeling, Baby. Und das Brot fehlt. Schauen wir mal, ob wir es dort kriegen. Also ich bin gespannt. Das Brot hat uns sehr umgehauen dort in Libanon. Das war echt klasse. Und der Humus. Der war richtig gut. Der war echt gut, Mann. Ein krasser Business-Mann, Leute. Es kommt ein krasses Projekt daneben. So, Shisha. Kein Vergleich zu Libanon. Aber schauen wir mal, ob das Essen mithalten kann. So. Servus, Habibi. So, schauen wir mal. Dann packen wir es mal wieder nach Libanon. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Aber nächstes Jahr, würde ich sagen, greifen wir wieder an, oder? Kriegst du erst an, ist möglich. Gerade in Libanon, Habibi. So. So sieht es aus. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Irgendwas mit Chicken. Dann hier den Humus. Und dann hier nicht das hohe Brot. Oh, Schatz. Nicht das lieber so krasse hohe Brot, Mann. Aber ich glaube, ich sage euch, schaut gut aus. Ja. Also das Brot war schon irgendwie anders. Richtig himmlisch. Das war richtig so... So wolkig. So richtig... So krass. Ja, das war so krass, das Brot. Wieder das geile, hohe Brot hier. Bismillah, sagt man. Bin ich gespannt. Zwei Libanon-Experten hier am Start. Ist das der beste Libanese in München? Das schmeckt fast gleich. Das haben wir in Beirut auch so. Kannst du dich erinnern? Ja. Aber da war das in der Mitte drinnen. Aber? In Beirut war es viel cremiger. Das war so richtig leicht. Oh mein Gott. Ich habe was in den Hüfen lassen. In die Idee rein. Was sagt der Meister? Echt gut. Schmeckt man. Schmeckt man. Schmeckt man das auf jeden Fall. Schauen wir mal das Chicken ab. Gute Chicken, das ist gut. Let's do the taste test. Yes. Was geil. Aber. Da sind Nussen drauf, oder? Ja. Pecanis. Wo hatten wir das beste Chicken in aller Zeiten? In Dubai. Ja. Bei Bugak. Ja, bei Bugak. Mein Gott, war das saftig, Mann. Von den Knochen. Bei den Händlern. Wahnsinn. Das ist so. Ich wollte nur nichts sehen. Davon kommt auch noch auf ein Reel. Das beste Chicken, das wir jemals hatten. Mein Gott, war das saftig. Ich feiere das Essen schon. Lebanesisch. Kann schon was. Das ist das Essen wirksam. Leute. Das ist gar nicht so wenig. Ja. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, ist gut. Der ist gut, ja? Wir kennen uns aus, wir waren in Libanon. Wir haben ihn direkt an der Quelle gegessen. Leute wollen wissen, wann kommt mal wieder ein Video von dir? Das ist auch scharf. Natürlich. Das auch aber. Das ist das Schaffe, ja. Das ist dasselbe. So macht man das ja. Genauso mit dem Bifaktenwürst. Ich erinnere mich ab. Weißt du, was das Klasse ist? Das war so eine große Schüssel. Und innen war der kleine Bereich mit dem Hummus. Das Klasse, was du gegessen hast. Und da war noch dieses Öl noch drüber. Ist auch ein bisschen, aber nicht so viel. Das erste, was wir gegessen haben, war in Bad Trun. Das war irgendwas mit Erbsen. Stimmt, gell. Das war so saucenmäßig. Wir treffen uns in Libanon mit irgendwelchen, die ihr aus dem Internet kennt. Und die fahren uns irgendwo hin. Mitten in der Nacht. Wir haben kein Internet, wir haben nichts, Leute. Alles ist alles gut ausgegangen. Echt sehr nette, liebe Menschen. Und dann kuschelt es glücklich aus. Alleine, das ist es nicht gemacht, oder? Nein. Ja, okay. Das wäre auch echt toll. Aber ich glaube, ganz alleine hätte ich es nie gemacht. Eine Überlegung wäre es wert gewesen, weil ich die gekannt habe. Aber nur, wenn wir die vom Flughafen abgeholt hätten. Und bla 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 und so. Aber ganz alleine, boah. War mir gut, wozu? Erwartet man eigentlich gar nicht. Also es sieht am Anfang so wenig aus. Und dann, haupt schon ordentlich rein. Libanon auch sehr bekannt für die... Nicht, nicht billig. Wer ist das? Eingelegten. Libanon auch sehr bekannt für eingelegte Gurken oder andere Sachen. Geschmacksexte. Alles krass. So viel Flavor da drin. Vergleich das mal mit einer Essiggurke aus Deutschland oder Österreich. Zufrieden? Boah, richtig gut. Ich fand es auch sehr gut. Empfehlungen gehen auf jeden Fall raus. Kann man probieren, essen, checkt den Laden ab. Hat fast wie Libanon geschmeckt. Bisschen schwächer, aber trotzdem sehr gut. Brot kommt leider nicht dran. Und dann dieses Libanonbrot, mein Gott. War auch gut. War auch gut, ja. Aber es war anders. Zahme. War tatsächlich sehr gut. Das war mir ein Ärger, wie immer. Hat dir mega gefällt. Bis zum nächsten Mal. Aber es sieht halt gleich so... Ja, das beißt sie so ein bisschen zu sehr. Ich glaube, das ist etwas besser. Wobei... Nee, fliege es bleibt. Fliege finde ich für sie absolut perfekt. Finde ich auch. Also, jetzt gerade stehen. Erst den Knopf schließen. Aber möchtest du was... Also, einmal tatsächlich was an den Ärmeln machen? Doch. Ja, die sind viel zu lang. Das kann man nicht sagen. Nein, nein. Wenn wir oft welche sind, sind es welche, die nur am Wochenende... Die Dame hat uns gut beraten. Sie hat direkt gefragt, ob ich hier ins Gym gehe. Das hat mich sehr gefreut. Tio. Ey, ist so komisch. Ich habe so klasses Internet. Nico hat sich immer vor mein Fenster gestellt, um seine Videos hochzuladen. Aber jedes Mal, wenn Gewitter ist, keine Verbindung. Das war's von mir und Lukas und dem Besten. Also, wir sind noch auf der Suche, aber das ist eigentlich der gehypteste Libanese in München. Und der war gut. Sehr gut. Empfehlung geht raus. Da kann man auf jeden Fall gut essen. Ihr wisst bescheiden, wenn wir liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin. Diffi und Quill. Crypto Cash für Gründer gehen. Und jeden Tag tracken, serious business und ciao.